Einsamkeit ist ein Prozess, er kommt schleichend und bringt Stress. Doch bis man merkt, was mir verfällt, ist man schon lange dabei, dass man den Atem anhält. Denn erst wenn es einem schlechter geht und die Welt sich immer und immer langsamer dreht, ist man dabei, dass man es versteht, was einem in seinem Leben am meisten fehlt. Doch was kann man tun, um rauszukommen? Wie kann man so weit sein an dem Punkt, an dem andere schon lange alles zusammennommen? Und versuchten aus dieser Blase zu kriechen und die Notbremse im richtigen Moment zu ziehen. Doch alleine fehlt einem der Blick für das Wichtige und man verliert das Gefühl für das Richtige. Bis man erkennt, dass einem niemand die Hand reicht und man im Untergang seines Daseins weiterhin alleine bleibt.